Leute, heute habe ich News verschiedenster Art von Apex Legends für euch. Zum einen einige Skins aus dem Halloween-Event, was uns demnächst erwartet, inklusive aller drei Prestige-Skins für Pathfinder mit Finisher, mit Skydive und nochmal andere tollerer Sachen. Es gibt einen Teaser auf Kings Canyon, wo keiner so richtig weiß, was der bedeutet. Er sieht aber richtig, richtig geil aus. Ist mir selber noch nicht aufgefallen, muss ich ehrlich gestehen. Es gibt ein Problem mit einem aktuellen Battle-Pass-Crypto-Skin. Alle Crypto-Mains, nehmt diesen Skin aktuell nicht, wenn ihr gerne unsichtbar seid. Kann ich euch nur raten, möchte ich euch gleich zeigen. Es gibt ein paar Leaks für andere Events, wie das immer so ist, nach einem Mid-Season-Update oder nach einer neuen Season. Finden die Datamine wieder ganz viele tolle Sachen, die es zu erwähnen gilt. Ich möchte euch gleich ein bisschen was zeigen und ich möchte unbedingt eure Meinung zu dem Skin von Pathfinder, den ich euch jetzt zeige im Vergleich zum Prestige-Skin. Ich finde den Skin, den ich euch jetzt zeige, auf jeden Fall viel, viel geiler als zum Prestige-Skin. Seht selber, doch bevor es losgeht, in eigener Sache, bitte, bitte, ich weiß es, schalten immer mehr Leute wieder ein. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, würde mich wirklich sehr freuen. Unterstützt mich, es ist ein einfacher Klick auf diesen Button und hilft auf jeden Fall dem Algorithmus. Wir fangen mit diesem Skin an. Zieht euch diesen Pathfinder-Skin rein. Er sieht einfach mal unwahrscheinlich geil aus und müsste meiner Meinung nach eigentlich ein Halloween-Event-Skin sein. Ob das jetzt tatsächlich einer ist und Pathfinder zwei Skins oder demnach zufolge vier Skins bekommt, kann ich euch leider nicht genau sagen, aber dieser Skin sollte demnächst erscheinen und ist einfach geil. Prestige-Skins kommen gleich, aber wie gesagt, oder ich ziehe die Prestige-Skins einfach mal vor. Stufe 1. Langweilig? Meine Meinung. Stufe 2. Okay. Und jetzt kommt einfach Megatron von Transformers. Also ich bin ganz ehrlich, leider gefallen mir die Skins absolut überhaupt nicht. Ich bin Pathfinder-Main mitunter und muss sagen, ich bin echt enttäuscht von der Kreativität von Respawn über diese Skins. Meine persönliche Meinung, schreibt gerne in die Kommentare. Und jetzt vergleicht einfach mal die Skins mit diesem unwahrscheinlich genialen Skin. Und da wir schon mal so einen ähnlichen Skin für Pathfinder hatten, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, Farbe Lila und so ein bisschen Venom-Style mit diesem ganzen Klippergedöns, hatten wir erst vor kurzem. Der sieht viel, viel geiler aus. Meine Meinung sollte sein Geld nicht wert sein. Bin ich ganz ehrlich. Ja, weiter geht's im Text. Wir haben hier noch einen Halloween-Skin für Newcastle. Und wer so ein bisschen Horror-affin ist, sollte erkennen, das muss unbedingt Jason von Freitag der 13. sein. Kann man toppen mit Freddy Krüger. Octane. Ist das nicht allererste Sahne? Diesen Skin finde ich unwahrscheinlich genial, muss ich sagen. Und ich habe noch einen legendären Watson-Skin. Das soll eine Porzellanpuppe darstellen oder eine Porzellanfigur. Hat auch was. Finde ich aber im Vergleich zu irgendwelchen Horror-Themes nicht ganz so aufregend. Die News sind sehr durcheinander. Es gibt keine konkrete Reihenfolge. Als nächstes habe ich, dass am 15. Oktober ein Quartz-Revival-Modus starten soll. Dann haben wir die Prestige-Skins. Die habe ich gerade gezeigt. Jetzt zeige ich euch passend dazu. Den Skydive Child. Der sieht, muss ich sagen, sehr, sehr edel aus. Ich meine natürlich, den Pathfinder-Skin muss man vielleicht ein bisschen in der Bewegung sehen. Da sieht er vielleicht ein bisschen edler aus. Aber im Standbild, ganz ehrlich, ist mir das einfach alles ein bisschen zu langweilig einfach. Es ist einfach langweilig. Hier ist noch der Finisher. Den finde ich ebenfalls einfach leider total langweilig. Und hier haben wir das Problem mit dem aktuellen Battle Pass Skin. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese Premium Ultra 20 Euro Variante ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dieser Skin von Krypto, der hat ja so Neon-Effekte. Und diese Neon-Effekte sind trotzdem sichtbar, wenn ihr unsichtbar seid. Das ist aktuell, wenn ihr das Video seht, noch nicht gefixt. Ich habe auch noch kein Statement von Respawn gehört, aber der ist broken, der ganze Spaß. Also passt bitte auf, wenn ihr diesen Skin aktiv habt, nehmt einen anderen. Wichtig. Dann soll demnächst ein Wurfmesser-only TDM kommen. Bald, sagt Hypermist. Wann genau? Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht in Season 22, rechnet man mit Season 23. Aber ein Messer-only TDM. Das klingt auf jeden Fall geil, ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Aber ich denke so zum Spaß ist das für die Allgemeinheit bestimmt eine richtig coole Sache. Und wir nähern uns wahrscheinlich endlich mal dem Lifeline-Rework. Eigentlich haben die meisten von uns mit dem Mid-Season-Update oder eigentlich auch schon mit dem Start von Season 22 mit dem Rework gerechnet. Aber in den Gamefiles wurde jetzt offiziell gefunden. Natürlich nicht bestätigt, aber offiziell haben die Dataminer in den Gamefiles ein neues Logo für die passive Fähigkeit gefunden. Ihr seht, die Drohne hat jetzt hier oben so eine Art Haltegriff. Bedeutet nichts anderes, als dass mehr oder minder mit Sicherheit die passive Fähigkeit bestätigt wird. Das Lifeline, wenn sie irgendwo runter springt und wahrscheinlich den Sprungknopf oder so gedrückt hält, dass sie über eine Distanz gleiten kann. Somit kannst du von Dach zu Dach mit Glück springen, wenn die Distanzen und die Höhenunterschiede passen. Gibt es Gameplay aus der R5 Reloaded Version? Bin ich gespannt. Ich freue mich auf das Lifeline-Rework. Sie kann es gebrauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde mir aber tatsächlich immer noch dieses Revive-Schild zurückwünschen, weil es war einfach geil. Dann soll Alter die nächste Legende sein, die dann nach Pathfinder einen Mythic-Skin bekommt. Also in Season 23 voraussichtlich. Bin ein bisschen überrascht, dass Alter als die aktuell neueste Legende noch vielen anderen Legenden vorgezogen wird, wenn das stimmt. Ja, das dazu. Dann haben wir noch Fans des Artefakterbstücks. Es sollen demnächst neue Varianten des Erbstücks kommen. Recolors für das Erbstück selber und für die Deathboxen. Ist jetzt nicht unbedingt mega, mega spannend für die Allgemeinheit. Und es gibt aktuell, bestätigt es mir gerne mal, wem es aufgefallen ist in den Kommentaren, das ist ein Teaser auf Kings Canyon. Ich kann euch leider nichts sagen und ich habe auch im Netz noch nichts gefunden darüber, gerüchtetechnisch, was dieser Teaser bedeutet. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht irgendein XXL-megakrasses Raumschiff. Es könnte aber auch einfach das Halloween-Event-Teasern, das ist jetzt meine eigene Theorie, wenn ihr so ein bisschen dieses lila Leuchten und so seht. Und dann so ein bisschen hier diesen Skydive-Trial von Pathfinder, dass das vielleicht einfach ein Teaser fürs Halloween-Event ist. Ob das jetzt stimmt, ich habe keine Ahnung. Es wäre natürlich geil, wenn wir hier endlich mal wieder story-technisch ein bisschen gefüttert werden, weil wir wissen alle, dass Apex Legends eigentlich eine Menge zu bieten hat. Lore-Technisch eigentlich prädestiniert für eine Netflix-Serie, die eigentlich auch schon lange, lange, lange mal irgendwie als Gerücht im Raum stand, aber bis heute nichts Neues ist. Deswegen wäre es geil, wenn ihr Lore-Technisch einfach mal wieder ein bisschen was passiert. Die Storys sind da, die Legenden sind da, die Legenden sind interessant, haben eine Menge zu erzählen. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, ich mache das einfach mal ein bisschen größer, dass hier vielleicht irgendwie irgendwas Grasses passiert. Und ich muss auch sagen, Teaser-Technisch hat ja Respawn seit dem Abgang von vieler wichtiger Stammpersonalien in den letzten Jahren, haben die Teaser-Technisch von der Spannung her extrem abgenommen. Und da muss mal wieder was passieren für die Community, würde ich auf jeden Fall sehr, sehr feiern. Leute, ich bin auf eure Meinung gespannt, gerade was den Prestige-Skin von Pathfinder betrifft, im Vergleich zu diesem anderen Skin, den ich ganz am Anfang gezeigt habe hier. Also, ja, und wie gesagt, Daumen da lassen, Abo da lassen. Ich bin gespannt, das war es soweit von mir und wer bis zum Schluss jetzt dran geblieben ist. Ich bin jetzt erst einmal ungefähr eine Woche in YouTube und Stream-Pause. Ich bin jetzt erst einmal im Urlaub. Ihr wisst Bescheid, das war es von mir. Haut rein, ciao. Ich bin jetzt erst einmal im Urlaub.